Moins in Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Reps Play. So, wir zocken eine Runde mit dem Starfighter hier. Wir haben uns mal den Bomber gepickt. Jetzt müssen wir hier mal unser Vieh defendern. Fuck. Weiterhin. Tschüss. Was ist das für eine Type hier? Wo sein? Tschüss. So, Y-Wings kommen. Die müssen wir natürlich killen. Er ist out of range. Ich bin ja dran. Fuck. War das der Y-Wing, Alter? Ah ne, da war ein X-Wing hinter mir. Oh oh. Oh, ich liebe einfach den Bomber von den Bösen. Der ist ziemlich nice. Der ist nicht so ekelhaft schnell. Und der macht aber auch richtig fett Schaden. So. Aha. Und der fliegt einfach durch mich durch. Oh fuck. Ah. Und da so ein fieser X-Wing hinter mir ist, dann kann ich nicht viel machen. Da kann ich nicht viel machen. So. Oh fuck. Komm schon. Ach, was ist das für ein Computer geht? Ich habe mich schon gewundert, warum er sich nicht verteidigt. Ja. Ich bin schon wieder RIP. Hey, scheiß A-Wing. Wir nehmen mal den TIE Fighter. Das Problem ist, ich bin halt gar nicht wendig. Mit dem Bomber. So, komm schon. Fuck. Komm schon. Jo. Was haben wir denn da unten? Jawoll. Die halten halt nichts aus. Vor allem gegen so ein A-Wing. Der drückt halt richtig Schaden. A-Wing ist halt auch ziemlich nice. Was kommt da oben? Der sollte tot sein. Sehr schön. So, was haben wir hier? Das ist TIE. Oh, oh, oh. X-Wing. Ja, geil, Alter. Ich war so verwirrt, weil der da einfach gegengeflogen ist, dass ich einfach auch dagegen geflogen bin. Westside, Leute. Was zur Hölle? So, schauen wir mal. Komm, Schaden, Schaden, Schaden. Sehr schön. Er ist auch tot. Alter, der scheiß X-Wing. Hm. Wir können gleich das von Darth Maul kaufen. Aber wir sind auf Platz zwei bei unserem Team. Wir schauen mal. 73 Spawns haben sie. Erwischt. Aber auch erwischt. What? Fieser X-Wing. Ah, der andere ist weg. Dann nehmen wir das Raumschiff von Boba Fett. Von Boba Fetts Slave 1. Bin gespannt. Mit dem kann ich gar nicht. Aber wir haben gerade nichts Besseres. Noch ein Tag, noch ein Battle. Sehr schön. Viel zu viele Kack X-Wings hier. System ist offline. Nice. Nice. Aua. Wow. Was war denn das? Alter. Braucht mal eine Reparatur. Ich bin hit. Ei, 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 ei. Boah. Nein. Nachladen. Waffe ist zu heiß. Komm schon. Wo ist er? Misty. Jawohl. Das Schild ist wieder aufgeladen. Er ist halt schon ein bisschen tanky, der Typ hier. Aber nichtsdestotrotz ist er nicht so schnell. Ich glaube, wir verlieren. Ja, oh. Das war's. Das war's für mich. Und rip. Aber wir haben gut Punkte gemacht. Nochmal 2000 dazu. Jetzt können wir Darth Mauls Raumschiff nehmen. Das ist richtig geil. Ziemlich schnell. Man kann sich unsichtbar machen. Sieht doch schon übel aus, oder? Und tschüss. So, wir defen die Scheiße hier. Tschüss. 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 Will assist. Tschüss. Nein. Tschüss. Out of range. Tschüss. Success is slipping through our fingers. Shields are down. For now. Protect the Star Destroyer while we bring the fire. Nein. Fuck. Wer kann mich denn da so abknallen? Fuck. Jetzt bin ich gegen das Ding geflogen. Oh Mann. Ich wusste nicht mehr wohin und ich hab mich nicht gesehen. Mistviecher. Nimm den Bomber wieder. Aber Darth Mauls Raumschiff hält nicht viel aus, aber ist richtig geil. Noch 49. Okay. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Er macht mich. Scheiße. Mist, X-Wing. Hm. Hm. Nochmal. 24. Sieht ganz gut aus. Damit wir das Trieger noch kaputt kriegen. Come damage. Auf, auf mich zu schießen. Alter. Hm. Das ist halt echt der Nachteil vom Bomber. Du stirbst so schnell. Oh, da hat einer. Wo war Fat Slave 1? Was ist mit dem Ding hier? Jawohl. Victory. Platz 2. 1400 hinter dem Ersten. Aber geht. Immerhin besser als jeder von den Gegnern. So. Zweite Runde. Wir sind mal mit dem X-Wing unterwegs. Komm schon. Fuck. Alter. Interceptor. Mist. Wie. Hm. Gehen alle den X-Wing? Hier voll draufholzen. Ein Y-Wing-Squadron hat uns geöffnet. Cover sie, damit sie eine Form von Bombing-Round. Oh, ich wollte mich gerade heilen auf Q. Mist. Oh, guck mal, der hat Gold... Oh, Alter. Tactical Jammer. Was macht denn das? Sieht aber übel aus. Eine Viererkarte. Ah, der hat wohl schon lange gespielt hier. Okay, nochmal. Wow. Na, kommt schon. Und tschüss. Double kill. Fuck. Wo ist der hin? Da ist einer. Ah, ich sterbe. Das war klar. Proton-Torpedo. So ein Mist. Ich finde den Interceptor geiler irgendwie. Ich weiß nicht. Der X-Wing ist auch nicht verkehrt, weil er halt auch noch eine Rüstung hat. Aber der Interceptor, der... Ich meine, zieht euch das rein. Der spricht ja für sich selbst, oder? Ah, stirbt halt aber auch schnell. Man kann's... Man kann's mir nicht recht machen, glaube ich. Aber ich spiele hier auf der Seite lieber mit dem Interceptor und auf der Gegnerseite lieber mit dem... ähm... mit dem Dings. Mit dem Bomber. Komm schon. Eliminated. Man, tschüss. Tschüss. Okay. Ist sie. Wo bist du? Tschüss. Juhu. Kill assist. Hab ich den überhaupt betroffen? Alter, er hat mich gemacht. Visa-Tie-Fighter. Sind wir 2500. Okay, aber der Falcon ist weg. Alright, everybody. Der fliegt gut, ey. Nicht gut genug. Keep them safe. Nein, er hat ihn bekommen. Wisst ihr. Sehr schön. Wow, hell. Wow. Und die ganzen Dinger hier weg, ey. Fuck, fuck. Ich sehe ja gar keine Gegner mehr. Warte mal, wo sind die denn? Da oben sind welche? Wollen ja alle meine Y-Wings killen hier. Ah. Ah, ein paar hat er abbekommen. Wow. Six-Player Killstreak. Ja, ich bin tot. Ich glaube, das Ding hat mich... Nee, ein TIE-Wing hat mich gekillt. 5000 Punkte. Alter Schwede. Dann nehmen wir mal hier den geilen X-Wing mit. Warte mal. Cancel. Ich will immer die Fähigkeiten nochmal sehen. Da können wir uns reparieren lassen. Pulse is out to reveal all enemies. Okay, da können wir enemies und dann haben wir noch ein Torpedo. Alles klar. Dann gehen wir mal mit dem ins Gefecht. Sieht eigentlich aus wie ein normaler X-Wing, nur in orange und schwarz und weiß. Ein bisschen spitzer auch, habe ich das Gefühl. Will er von mir. Zwei haben wir erwischt. Don't let him beat us! Ja. I'll try. Verloren. Ich würde sagen, an mir lag's nicht. Okay, mein Team war schon hart scheiße. Aber an mir lag's nicht. Gut. Mehr will ich auch gar nicht probieren. Dann, äh, bedanke ich mich fürs Zuschauen per Marillus. Ich denke mal, ich werde noch ein paar Runden weiterspielen. Und. Verloren. Ich bin MVP. Gibt's ja gar nicht. Ja. Dann bis zur nächsten Folge. Daumen nach oben und stay pep. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Ich habe Verbindungspro...